Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 471. Heute mit dabei Frau Alex. Servus. Frau Patricia. Hallo. Und Mann Marvin. Hallo, hallo. Uh. Uh. Ja, wir wollen wieder mal ein wenig über die Eintracht reden und über Fußball und über alle anderen Dinge, die uns da so auffallen. Und ganz zu Beginn wollen wir natürlich mit dem beginnen, was auch am Sonntag vor dem Spiel relativ viel Raum eingenommen hat, nämlich die Erinnerung an einen ganz großen, der Fußballgeschichte vor allen Dingen, der Fußballgeschichte der Frankfurter Eintracht Jürgen Krabowski, der in der letzten Woche am Donnerstag leider verstorben ist. Ich persönlich habe ihn nie spielen sehen, habe aber doch die ein oder andere Doku gesehen, die eine oder andere Aufzeichnung oder Wiederholung seiner Tore und zumindest so ein paar kennt man. Und er hat 15 Jahre bei der Eintracht gespielt, hat viele Titel mit uns geholt, hätte wahrscheinlich wahnsinnig viele Chancen gehabt, bei anderen Bundesligisten zu spielen und damit auch seine Chancen in der Nationalmannschaft nochmal ordentlich steigern können. Aber er ist der Eintracht über 15 Jahre hinweg treu geblieben und ich glaube, das kann man heutzutage in diesem Fußballgeschäft, wie wir es heute erleben, gar nicht mehr so richtig wertschätzen. Ich finde das bemerkenswert und ich fand es auch bemerkenswert, wie die Eintracht und vor allen Dingen alle, die im Stadion waren am Sonntag, ihm gedankt haben, Andacht gehalten haben und diese Schweigeminute praktiziert haben, also ich hatte ganz großes, ganz große Gänsehaut in dem Moment, als das da ablief. Ich glaube, Alex, du warst im Stadion? Genau. Ich habe es in noch keiner Schweigeminute, egal für was, auch die Woche davor war ja schon Schweigeminute wegen Putin, es war noch nie wirklich so ruhig. Du hast nicht einen reinrufen gehört, niemand hat gehustet oder sonst irgendwas, die Gästefans, also das habe ich so in einer Schweigeminute, egal für was, noch nie erlebt und das war, glaube ich, also für mich so der größte Wow-Effekt, wo ich mir dachte, wow, da ist tatsächlich ein ganz großer gegangen und das erkennen hier gerade 25.000 Leute richtig an. Also da hatte ich tatsächlich auch ein bisschen Pippi in den Augen, weil seine Frau war da, Peter Fischer hat eine relativ coole, relativ lange Rede gehalten. Wir haben auf dem Videowürfel immer wieder alte Tore, kleine Einspieler gezeigt, also es war schon echt gut und emotional gemacht. Ja. Hat man auch im Fernsehen gesehen, muss man sagen, also die Art und Weise, wie dem Ganzen auch angedacht wurde und ja, man hat wirklich dieses Bedrückende ein Stück weit gemerkt und was du aber auch gemeint hast, ne, mit Peter Fischer, der kann das halt einfach, ne, Held reden wie ein ganz großer, das ist halt, das ist halt einfach toll und aber auch, dass die Familie beziehungsweise die Frau da war. Ich glaube, es war ein würdiger Rahmen, die Eintracht hat das auch sehr, sehr schön gemacht mit den Banden. Man hat wirklich gemerkt, dass wahrscheinlich der größte Fußballer der Eintracht so insgesamt gesehen jetzt von uns gegangen ist, von uns allen. Und wenn man sich überlegt, welche Erfolge er hatte, das ist ja tatsächlich auch für heutige Eintracht-Verhältnisse fast undenkbar, dass du in den eigenen Reihen einen Weltmeister hast, einen Europameister hast, jemand, der mehrere DFB-Pokals geholt hat und ganz am Ende ja sogar noch den UEFA Cup. Also das ist wirklich eine unfassbare Karriere gewesen. Und was du auch vorhin gesagt hast, René, natürlich halt auch bei einem Verein, im Hauptsächlichen, Also ich denke, da ist wahrscheinlich, ja, wirklich einer der absolut größten von der Eintracht von uns gegangen. Und ich bin sehr froh, dass dieses Lied, was uns allen immer wieder im Ohr und auf ewig im Ohr bleiben wird, ihm da eine würdige Widmung bereitet. Ja, du hast bei den 25.000 schon gemerkt, mit welcher Inbrunst dann die Textzeilen rund um Jürgen Krabowski da gesungen wurde. Also ich will mir gerade gar nicht so richtig ausmalen, was das ist, wenn das Stadion das erste Mal richtig, richtig voll ist und diese Zeilen wieder richtig gesungen werden, weil dann muss ich hier erst mal Taschentur holen. Das ist so ein bisschen der Wehmutstropfen für mich an der, an der Stelle, weil, also die Eintracht hat es schon gut gemacht, aber es wäre natürlich mit einem vollen Stadion und einer organisierten Fanszene nochmal was anderes gewesen. Und das tut mir für ihn ein bisschen leid, weil das hätte er verdient gehabt, aber vielleicht wird es ja auch irgendwie, keine Ahnung, am ersten Todestag oder so dann mal nachgeholt. Wenn hoffentlich alles wieder so ist, wie es mal war. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Fans das entsprechend gedenken werden. Ja, das war der Einstieg in unseren Fußballsonntag, zumindest aus Eintracht-Sicht und man wollte ja dann auch diese drei Punkte in dem Spiel mitnehmen. Und sagen wir mal so, es hat ja auch von Anfang an, wenn wir jetzt auf das Spielerische gucken, zumindest in den ersten Minuten durchaus so den Anschein gemacht, als wenn die Eintracht hier gar nicht lang rum lamentieren will, sondern direkt irgendwie in die Offensive geht und die Tore versucht zu machen. Das haben wir auch getan. Was wir halt nicht gemacht haben, waren dann tatsächlich die Tore zu machen. Und so spätestens ab der 12. 13. Minute hast du gemerkt, okay, Bochum hat sich am Anfang ein bisschen zurückgehalten und hat dann immer mehr ins Spiel gefunden. Und zumindestens ich hatte dann kurzzeitig so die Befürchtung nach dem Motto, das nimmt spielerisch kein allzu gutes Ende an dem Sonntag. Also ich hatte da richtig immer mehr Schiss, dass das am Ende so ein, wie im Hinspiel auch 0-2-Ding ist, was gerade ja an dem Tag dann nochmal doppelt bitter gewesen ist. Patricia, wie war so dein Gefühl nach den ersten 15 Minuten? Also der Start, wie du schon gesagt hast, war gut. Also da war ich noch ziemlich drin und dachte mir so, gut, das fängt gut an. Klar, man vergibt die Chancen, aber das sind wir ja leider schon gewohnt. Und ich dachte so, naja, vielleicht wird es ja. Also je mehr Chancen du dir erspielst, desto wahrscheinlicher wird es, dass dann auch mal irgendeiner reingeht. Und dann war dieser Abfall, auch das Gegentor dann. Das Gegentor war, glaube ich, das, was mich so ein bisschen runtergezogen hat. Einfach diese Bestätigung, du hast selbst deine Chancen mal wieder nicht gemacht und du kassierst dieses Gegentor. Und ab da hatte ich so ein mulmigeres Gefühl. Das war, ja, wie wir schon letzte Woche besprochen hatten, auch erwarteterweise das schwere Spiel, also ein enges, schweres Spiel, was irgendwie auch schon vorauszusehen war. Aber ich hatte so gemischte Gefühle, weil eigentlich gab es, wie gesagt, den Anfang und dann auch in der zweiten Halbzeit gute Ansätze von der Eintracht. Aber eben diese Phase nach, beziehungsweise kurz vor dem Gegentor und dann bis zur Halbzeitpause, das war wirklich so ein, ja, wieder so ein Punkt, wo ich mich schon geärgert habe. Das, also warum, warum diese ganzen Fehlpässe, warum diese, warum, wenn man eigentlich stark angefangen hat? Ich hatte so ein bisschen, also auf mich macht das so den Eindruck, als wenn Bochum die ersten 10, 15 Minuten einfach gesagt hat, so komm, wir warten mal ab, wir gucken mal, wie sie spielen und sich dann entschieden haben, so alles klar, jetzt wissen wir, wie der Hase läuft, jetzt beteiligen wir uns am Spiel und uns halt komplett den Schneid abgekauft hat. Und das verstehe ich halt auch nicht, gerade diese Fälle, dass wir auch immer wieder A, diese Fehlpässe im Mittelfeld hatten und B, diese zweiten Bälle immer so komplett random verloren haben und gewinnst den Zweikampf und verlierst den zweiten Ball. Warum? Warum zum Teufel? Es hat mich wahnsinnig entnervt. Also ich hatte gar nicht so den Eindruck, dass das unbedingt daran liegt, dass Bochum aufgedreht hat. Ich weiß nicht, was passiert. Vielleicht sind die ersten 10 Minuten auch immer nur so, ja keine Ahnung, mit genügend Adrenalin aus der Kabine raus und das verpufft dann relativ schnell. Aber du hast ja auch, das ist ja so ein bisschen ein täglich gerüßtes Murmeltier. Das sind ja immer die gleichen Sachen, die dann passieren. Zum einen sind es die Fehlpässe, zum anderen ist es dann aber auch so ein, ja auch gerade bei Kamada war das so ein, ich will nicht sagen lustlos, so ein lethargisches Spiel, wo er da irgendwie steht, den Ball hat, sich umguckt und von hinten kommen zwei Leute und zack ist der Ball weg. Also so nicht richtig bei der Sache sein, ich weiß gar nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Das wirkte so ein bisschen behäbig. Genau, dann kommt eins zum anderen und dann wieder in die Spur zu finden, ist halt super schwer. Wenn du da mal kurz denkst, mal Luft holen, das machst du halt nicht. Ja, das war in der Offensivbewegung, fand ich nicht nur bei Kamada, sondern auch bei vielen anderen. Entweder hat man noch krampfhaft versucht, noch einen Haken mehr zu schlagen, um es besonders schön aussehen zu lassen und hat sich dann irgendwie am Gegenspieler festgesetzt. oder man war halt zu behäbig im Abspielen des Balls, sodass es halt immer irgendwie einer geschafft hat, dazwischen zu kommen. Also da haben wir einfach wahnsinnig viele Bälle in der Offensivbewegung grundlos verloren und quasi das, was ja Bochum als Aufsteiger logischerweise macht, nämlich dann auf Konter zu setzen und sie haben ja schnelle Außenspieler, das wissen wir ja, da haben wir ihnen einfach zu viele Möglichkeiten geboten, fand ich, in der ersten Hälfte. Ja, vor allen Dingen der Ofen wäre ja, sorry. Nee, sorry, aber wir reserieren ruhig. Man kann sagen, der Ofen, der wäre ja auch ausgewiesen, wenn Trapp nicht das 2-0 verhindert hätte. Also da können wir echt von Glück sagen, weil ich glaube, wenn das gefallen wäre, dann hätte das Spiel in eine ganz andere Richtung kippen können. So ein 2-0, da musst du halt erst nochmal drei Dinger schießen, um das wieder auf deine Seite zu holen. Das ist mathematisch korrekt, ja. Ja, danke, habe ich gut vorbereitet. Ja, aber dann wird es halt noch schwieriger und ist ja nicht so, dass wir im zweiten, dass es dann irgendwie komplett rund gelaufen ist, da war dann eine sehr gute Phase dabei, aber also auch die, bei den Wechseln zum Beispiel, also das waren, also du hast mit jedem Wechsel gemerkt, dass es eine Schwächung war. Also zum Beispiel, also auch ein Hauge, ne, der hat sich viel zu spät immer vom Ball getrennt, das, ja. Pacienzi hat mich wahnsinnig gemacht zum Schluss. Ja, mich auch. Die Gegenspieler auch. Was ja gut ist, ne? Die Aktion kann ich auch nachvollziehen, aber da diesen Versuch da in der, was war es, 92. 93. diesen Elfmeter da rauszuholen, einfach, anstatt einfach zum Ball zu gehen und zu versuchen, da irgendwie zumindest das Ding aufs Tor zu kriegen, also. Ja, also ich verstehe das schon, aber man muss schon sagen, dass Holger ja auch die eine oder andere gute Aktion hatte, ne, also er war auch nach vorne durchweg gefährlich. Natürlich ist es eine Leistungsschwächung, weil du nicht alle so auf einem Niveau hast. Das ist halt einfach so, wo soll Holger das auch hernehmen? Genau das, was Lindström sich über Wochen und Monate erarbeitet hat, dass der jetzt auf dem Niveau ist, ja klar, dass jetzt Holger nicht eins zu eins ersetzen kann, aber es war halt auch wichtig, dass du die Leute raussetzt und das hat auch funktioniert, denn du hast jetzt bald schon wieder ein schweres Spiel am Donnerstag und dass du dann halt nicht eins zu eins auswechseln kannst, ja, das hat halt verschiedene Gründe, aber ich glaube, da muss man arbeiten damit, aber ich finde trotzdem, das viel größere Problem liegt für mich nicht darin, sondern tatsächlich, dass die Eintracht die Chancen auch nach dem 2-1 halt nicht verwertet hat und das ist halt eher das Problem, weil da musst du, da musst du halt ein bisschen treffsicherer sein. Für uns ist es jetzt bei dem Spiel kein Problem gewesen und man ärgert sich natürlich aber immer noch, wenn wir Betis im Blick haben, ja, da hätte man auch früher das Ding zumachen können und das hat jetzt gegen Bochum, war es geklappt, aber wir müssen halt einfach aufpassen und das ärgert mich so ein bisschen, es war keine perfekte Partie, die Alex hat es ja eben auch schon richtig gesagt, aber es war natürlich aber trotzdem auch so ein bisschen ein Arbeitssieg, den du dir aber auch erkämpft hast und das muss ich trotzdem sagen, weil die Eintracht hat mehr Torchancen gehabt, die hat mehr fürs Spiel gemacht, sie war läuferisch überlegen und sie hat auch endlich die Zweikämpfe wieder gewonnen und das sind all so Dinge, die in den letzten Wochen vor Berlin eigentlich nicht da war. Insofern ist das schon ein weiter Dreh. Ja, gebe ich dir recht. Also es ist eine erneute Steigerung und man hat da auch viele Dinge richtig gemacht, aber man musste sich, und wie du es auch gerade eben, finde ich, zu Recht gesagt hast, auch wieder sehr, sehr anstrengen und bemühen, diese Chancen bis zum Ende durch zu spielen, die Tore zu machen und das ist halt alles das, was dir in so zwei aufeinanderfolgenden englischen Wochen halt auch unwahrscheinlich viel Kraft kostet und wenn man da einfach von vornherein ein bisschen konsequenter gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich auch einen Ticken früher wechseln können, um dann den wichtigen Spielern für Donnerstag auch ein bisschen mehr Ruhe gönnen zu können. So waren die Wechsel dann halt auch am Ende wieder notgedrungen, relativ spät, weil es einfach viel zu eng war. Und das ist das, was mich halt dann am Ende nervt, dass wir da nicht clever genug waren. Wobei da halt auch immer wieder, also dieses Thema werden wir den Rest der Saison noch verfolgen. Wir haben halt in der Offensive nicht die Durchschlagskraft. Wir erarbeiten uns viele Chancen. Wir haben mit Lindström einen super wuseligen Spieler da vorne, der aber auch ähnlich wie Kamada, also die machen viel, aber das sind beides keine Abschlussspieler. So und dann, wenn du aber mit Knauf und Kostic über die Seiten kommst, was ja geil ist, dann hast du in der Mitte, ja dann sind im 16er vielleicht Lindström, Kamada und halt Boré. Boré tut und macht alles, was er kann, aber da fehlt halt jemand, der auch einfach mal kaltschnäuzig die Dinger weghaut. Und das sind halt weder Lindström noch Kamada, das sind garantiert geile Vorbereiter. Ja, aber im Abschluss tun sich da vorne alle schwer. Und da verpufft ganz viel von dem, was wir uns aus dem Mittelfeld raus erarbeiten. Aber ich will das auch gar nicht, Marvin, falls der Seben so rüberkam, ich will das gar nicht so mega schlecht reden. Also da gab es auch Sachen, also Tuta zum Beispiel, finde ich, hat wieder ein mega geiles Spiel gemacht. Also der war für mich aus den drei Innenverteidigern der, der herausgeragt ist. Also das ist ja auch eine Entwicklung, die so in den letzten Wochen sich stetig nach vorne bringt, der ja auch eine richtige Bank hinten wird. Also es ist nicht so, dass da alles schwarz ist, aber es ist halt teilweise müßig zum Zuschauen, weil der eigentlich weiß, woran es krankt und trotzdem ärgerst du dich immer wieder, dass es trotzdem nicht klappt. Ja, aber im Endeffekt guckt er trotzdem mal die Punkteausbeute an. Also ich meine, wir haben jetzt zwei Siege in der Liga in einer Woche, dann einen siegreichen Europacup. Also da stellt sich trotzdem auch die Frage, was wollen wir denn eigentlich? Also und das muss man auch mal ein bisschen in Relation setzen. Für mich ist viel eher das Problem, dass wir den Wochen zuvor gegen mäßige Gegner erneut haben Punkte liegen lassen. Jetzt kommen wir aber in den Trab und das darfst du halt trotzdem auch nicht, wenn alle singen, dass das auch, wenn es von dir problematisiert wird mit Lindström oder kam Marder, dass das mittlerweile eine Achse ist in Zusammenarbeit mit einem Knauf, die immer besser funktioniert und wirklich zu einem Gerüst wird, auf das du mittlerweile einigermaßen zählen kannst. Fehlt dieser bullige Stürmer? Klar. Können wir es jetzt ändern? Ne. Mit was müssen wir arbeiten? Mit den dreien. Insofern ist das das Einzige, wo ich denke, dass wir daran wachsen können und ich glaube, da sehe ich ja eine Entwicklung. Vielleicht bin ich da auch zu positiv, aber immerhin sehe ich sie und immerhin sehe ich, dass da die Eintracht auch gewinnen kann dadurch. Das ist für mich tatsächlich so zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Das will ich gar nicht abstreiten, aber es ist halt immer noch so auf Messerschneide. Also die Spiele, die jetzt zum Beispiel auch das Bochum-Spiel, ich will nicht sagen, dass das mit Glück gewonnen wurde, weil die Eintracht schon überlegen war, aber es hätte auch anders ausgehen können. Also hätte Trapp da nicht gehalten, hätte es anders kippen können. Das Eigentor ist uns zugute gekommen. War ein Tor weniger, was wir machen mussten, aber es ist nicht so, dass da eine Souveränität in der Offensive irgendwie drin ist. Aber klar, können wir es ändern? Nein. Ist jetzt die Frage, wie du halt Offensive definierst. Also in dem Herausarbeiten von Chancen sind wir ja schon von Woche zu Woche auf einem gleichbleibend hohen Level. Wir machen halt am Ende daraus zu wenig, weil halt, wie du sagst, nicht die Spieler da sind, die dann halt einfach aus vier Torchancen drei direkt verwandeln, weil sie halt eine andere Art Spielertyp sind. Aber wie Marvin auch zu Recht sagt, das können wir an der Stelle halt jetzt nicht ändern. So, da müssen wir halt jetzt irgendwie hinkommen und müssen uns halt die Tore irgendwie anders da erkämpfen, indem wir halt den Gegner mürbe machen, sie zu so Fehlern zwingen, wie das Thema mit den Eigentoren. Das hat ja in der Hinrunde auch durchaus gut immer mal wieder funktioniert. Das ist halt die Art und Weise, wie wir am Ende dann zu unseren Erfolgen kommen. Das wird es aber auch so bleiben müssen bis zum Ende der Saison, weil vorher wird sich da nichts mehr dran ändern. Wer ist denn ihr bester Spieler, der Innenverteidiger von den anderen? Am Ende des Tages ist es mir vollkommen egal, solange wir mehr Tore haben und die Spiele gewinnen. Ob wir dafür pro Spiel zwei Eigentore erzwingen müssen oder nicht, das ist mir relativ wurscht. Bin ich ganz ehrlich. Ja, letztendlich bin ich aber eigentlich ziemlich beruhigt auch. Also was heißt beruhigt? Aber wenn dann die Tore fallen, dann fallen sie auch durch verschiedene Spieler. Also das Gute ist, dass du nicht zusätzlich dazu, dass du keinen Mittelstürmer hast, der eigentlich die Arbeit machen sollte, dass du irgendwie nicht abhängig bist, dass du sagst, keine Ahnung, nur Kamada trifft oder nur Kostic trifft. Und wenn die wegbrechen, haben wir überhaupt keine Chancen mehr. Das verteilt sich so. Du hast Bore, du hast Kamada, du hast Linström, Kostic, Knauf, die Innenverteidiger, alle treffen irgendwie mal, ab und zu kommt einer aus dem Mittelfeld auch. Also keine Ahnung, dann zieht man Rode ab oder ein Sow. Das ist halt alles ziemlich gut verteilt, finde ich. Und deswegen, das ist auch so ein Punkt, der mich ehrlich gesagt beruhigt, dass ich weiß, okay, eigentlich prinzipiell können da recht viele Spieler auch gefährlich werden, auch wenn es nicht die Top-Scorer sind. Dass du sagst, okay, die sind jetzt die Goal-Getter schlechthin und der ranzt dir jetzt in jedem Spiel zwei Tore rein. Nee, das ist nicht so. Aber als Gegner würde ich da schon denken, okay, aber in dem einen oder anderen Spiel kann sowohl der als auch der als auch der irgendwie zu einem Tor kommen. Und das macht es dann auch irgendwie schwieriger zu verteidigen. Also mir gefällt es, dass das variabler ist im Ganzen. Also vor allem jetzt auch mit der rechten Seite, dass da auch viel mehr über Knauf jetzt läuft, dass ja Kostic sowohl entlastet wird, als auch die Abwehr der Gegner ja gefordert wird, dass du jetzt nicht mehr sagen kannst, wir stellen Kostic zu. Und dann ist sowieso schon die, ja, keine 75 Prozent der Angriffe der Eintracht sind dann unterbunden. Das ist halt eben nicht mehr so. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass diese Entwicklung stattgefunden hat, dass du jetzt flexibler und nicht mehr so vorhersehbar spielst. Ja, ist richtig. Also gerade auch, was du ansprichst, Knauf auf der rechten Seite. Ich finde, der wird von Spiel zu Spiel besser. Ich meine, er hatte jetzt gegen Bochum Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten, richtig in den Flow zu kommen. Aber wenn der mal da unterwegs ist, also meine Güte, ich glaube, da haben wir jetzt endlich jemanden gefunden, der ein gutes Gegenstück zu Kostic auf der Außenbahn bieten kann. Freue ich mich nach wie vor sehr, ja, dass wir da diese Laie für diese anderthalb Jahre klar machen konnten. Ja, vor allen Dingen, dass es halt auch noch nächstes Jahr ist. Also das ist jetzt nochmal ein halbes Jahr, wo er auch sich gut entwickeln kann, um dann nächstes Jahr nochmal eine volle Saison mit dabei zu sein, die Vorbereitung mitgemacht zu haben. Und wenn dann halt auch noch ein richtiger Stürmer mit da ist, dann ist es halt eine ganz andere Situation davon. Und dann kann es halt auch richtig geil werden. Wenn Kostic noch bleibt, hast du da echt eine richtig coole Zange mit aufgebaut. Ja, ja. Das wäre tatsächlich fast zu schön, um wahr zu sein. Aber hoffen wir mal dran. Schreiben wir das mal alle ganz fleißig auf unsere Wunschzettel für den Sommer, hier für den Osterhasen oder für das Sommerpausen-Christkind, falls es sowas gibt, dass wir das vielleicht noch ein weiteres Jahr sehen können. Ansonsten Euro-Karmada macht einen kurzen Ausflug in die Bundesliga und trifft auch hier. Ich glaube, das war auch gut, um ihm nochmal ein bisschen Selbstvertrauen zu geben. Da gab es ja auch ganz große Überlegungen, ob durch diesen Anschiss, den er da von Klaasner vor zwei Wochen kassiert hat, ob das jetzt quasi dazu führt, dass er jetzt in ein richtiges Loch fällt. Ich würde mal grob versuchen zu behaupten, nein. Ja, ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt. Also ist vielleicht auch sogar mal gut, dass da mal auf den Tisch gehauen wurde. Dann klar, dass das dann so öffentlich ist, ist nicht schön für den Spieler. Aber es wirkte jetzt auch so, als hätte er das, klar, das ist halt nach dem Spiel, beziehungsweise im Spiel gewesen, so eine Emotion aus der Emotion heraus. Ich denke mal, da wurde im Nachhinein drüber gesprochen und alles ist gut und ich finde, die Leistungen zeigen das auch, dass da jetzt nicht irgendwie gravierende Schäden hinterlassen wurden. Also ich glaube auch, Kamada gefällt das, wie Marvin schon gesagt hat, die Achse ganz gut, die da jetzt aktuell entsteht. Also mit Lindström und Knauf. Ich habe das Gefühl, er spielt sehr gerne mit denen zusammen, einfach weil, ja, die eine ähnliche Vorstellung vom Spiel haben wie er, glaube ich. Und man hatte ja auch, ich hatte schon mal gesagt, dass er mit Kostic auch ganz gut harmoniert, weil das auch einer der stärkeren Fußballer in der Mannschaft ist. Und dass ihm da jetzt noch vor allem Lindström, aber auch Knauf auf der anderen Seite, ja, dazugestellt wurden, glaube ich, davon profitiert er auch. Also man merkt es ja auch, also mir hat es sehr, sehr gut gefallen, wie die auch zusammen sich gefreut haben und direkt irgendwie sich der eine für den anderen auch gefreut hat. Und ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, der Kamada da auch weiterhelfen kann, ehrlich gesagt. Dass er nicht so der einzige ist, der da irgendwie kreativ ist vorne drin, weil es war ja die längste Zeit so. Also du hattest halt Kostic, der auf den Außen ackert. Und dann hast du Kamada, von dem erwartet wird, dass er irgendwie, ja, im Angriff eine Idee hat alleine. Und die anderen müssen halt dann irgendwie auch noch mitspielen und das Tor machen. Und jetzt hat er halt noch welche, mit denen er seine Ideen irgendwie, ja, besser auf dem Platz, ja, verkaufen kann, beziehungsweise auch zusammenspielen kann. Deswegen finde ich das auch ganz gut, dass sich da was gefunden hat. Ja, also ich sehe das genauso. Ich habe auch das Gefühl, dass dieses Zusammenspiel immer besser funktioniert. Mal gucken, das muss jetzt die Zeichen der Zeit überdauern. Also es ist natürlich jetzt eine Woche, über die wir gerade sprechen. Davor war das alles noch ein bisschen rucklig. Aber ich glaube, da ist ein Positivtrend erkennbar. Und wenn Kamada jetzt wirklich anfängt, endlich wieder in der Bundesliga zu performen, dann wird das eine wirklich runde Kiste. Über die anderen haben wir ja auch schon gesprochen, dass das auch mit, ja, Boree hat natürlich jetzt gegen Betis keinen guten Tag gehabt. Aber das wird er ja auch nicht bei jedem Mal haben und wie Lindström und Knauf zusammenarbeiten. Aber halt trotzdem darf man auch da einen Kostic nicht vergessen. Beim 1-0 ist es erst über Kostic gelaufen, dann Weitergabe zu Knauf. Also da ist es alles. Und dann Lindström. Also das ist halt alles eine ganz interessante Situation. Ich glaube, da kann was zusammenwachsen. Aber im Endeffekt ist die ganze Mannschaft daran beteiligt. Ich meine, wir haben gegen Betis gesehen, dass es ein Weltklasse-Spiel von GPL So war. Der war jetzt gegen Bochum ein bisschen unauffälliger, zeigt aber grundsätzlich seine Klasse in dieser Saison und zeigt auch, dass er sich nochmal weiterentwickelt hat. Auch das trägt positiv zu dieser ganzen Mannschaft bei. Also das ist ein Konstrukt, wo man natürlich auch die Defensivbemühungen nicht vernachlässigen darf, die Alex ja schon illustriert hat, mit einem Tutor, der immer teurer wird, glaube ich. Ja, ich glaube, da wird es langsam echt schwer, da diese angestrebte Vertragsverlängerung ohne große Zugeständnisse zu erreichen. Aber ja, würde mich schon auch freuen, wenn man ihm da nochmal ein bisschen Perspektive geben kann, weil ich einfach großartig finde, welche Entwicklung man bei dem Spieler sieht. Ich glaube, da kann noch ganz viel einfach auch an Entwicklung passieren. Ja, hat er sich aber auch verdient, ne? Zugeständnisse. Also, dass du so jemanden für 500.000 Euro im Jahr Vertrag verlängerst, ist, glaube ich, ordentlich angebracht. Nee, kannste nicht machen. Ja. Stimme ich dir vollkommen zu, sehe ich ganz genauso. Ich glaube, das hat er sich verdient. Weißt du, wenn er so geile Spiele macht, dann ist es halt so, dann bekommt er das. Und dann ist es ja auch krass. Ich meine, überleg dir mal diese Weiterentwicklung, ne? Und auch letztens, also ich meine, Anfang letzten Jahres haben wir gedacht, naja, mal gucken, wie das alles so läuft. Aber es ist halt, also wirklich, ich bin absolut begeistert, wie er sich dann seit 2021 dann auch spätestens entwickelt hat. Und Abraham ist weg und er ist da reingerollt und dann denkst du, naja, gut, vielleicht wird es jetzt ein Tief, kann ja immer alles mal passieren oder so. Jung, muss ich erst in der Bundesliga etablieren. Quatsch. Und er bestätigt nicht nur die Leistung, sondern er zeigt sie nochmal auf einem anderen Niveau. Also, das ist schon einfach eine Qualität. 86 Prozent der Zweikämpfe allein am Sonntag gewonnen. Und was man auch nicht vernachlässigen darf, was ja bei der gesamten Abwehr eigentlich interessant ist, ist, dass alle ihr Heil auch ein wenig in der Offensive manchmal suchen. Tutor hat drei Torschüsse gehabt. Wir haben Bayern Dicke immer mal wieder die eine oder andere gefährliche Kopfballaktion und das Hinteregger, dass sich manchmal ein Tor nicht nehmen lässt, das wissen wir ja auch, wenn es nicht in die eigene Richtung geht. Und das Zusammenspiel der drei ist halt auch geil, ne? Also, wenn Hinteregger irgendwie zu weit vorne angreift, zieht Tutor schon mit in die Mitte rein und steht auf einmal, wenn der Angreifer von Bochum dann doch am Hinteregger vorbei ist, steht auf einmal ein Tutor da und stoppt ihn dann trotzdem. Also, das klappt auch in der Abstimmung zwischen den drei mittlerweile echt richtig gut. Aber die spielen halt jetzt auch schon anderthalb Jahre in der Konstellation zusammen. Gut, ab und zu ist Mahasebe mitten drin gewesen. Aber, also, das ist halt mittlerweile eine richtig coole Sache da hinten. Das, ja, also mit all dieser Meckerei über die Offensive sieht man, glaube ich, gar nicht so deutlich, was hinten zusammengewachsen ist. Ja, also, man sieht's schon, aber ich glaube, es ist durchaus wert, das nochmal herauszustellen, dass wir da uns, glaube ich, gerade über Innenverteidigung und generell Defensive nicht so riesige Gedanken mehr machen brauchen. Aber ich finde schon, das ist, was Alex sagt, hat ja einen Punkt, weil wir denken dann immer, ah, scheiße, jetzt haben wir irgendwie 1-1-0 gespielt, jetzt haben wir irgendwie 2-1 verloren oder 1-2 verloren. Und dann denkt man, naja, gut, das Tor hätte ja nicht sein müssen, aber das ist ja genau auch das, was die Alex sagt. Ich meine, wir spielen relativ offensiv, dass es dann Gegentore gibt, ist dann auch immer wieder im Bereich des Möglichen, dass die Defensive, aber auch im Verbund mit Kevin Trump beispielsweise, der wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat, auch eigentlich sehr gut performt, aber es dann nach vorne halt in den Vorwochen diese Probleme gab, das ist halt genau der Punkt. Also natürlich, es kann immer in einem offensiven Spiel, kann immer was passieren und ein Gegentor musst du immer einpreisen, dann ist halt die Sache, dann musst du halt deine Chancen besser verwandeln und das war ja in den Vorwochen halt nicht der Fall, deswegen ist es so ausgegangen. Insofern ist es gut, dass hier Alex da nochmal den Punkt auf die Verteidiger setzt. Ja, das ist allerdings korrekt. Und auch wichtig zu erwähnen. Ja, ich glaube, damit haben wir Bochum soweit besprochen und Marvin, du hattest es ja schon angedeutet oder schon gesagt, letzte Woche erfolgreich das Hinspiel gegen Real Betis bestritten. Diese Woche folgt dann logischerweise das Rückspiel Donnerstagabend 21 Uhr vor heimischem Publikum und ich glaube, auch da wird die Defensive wieder durchaus wichtig werden, weil ja, Auswärtstorregel gibt es nicht. Die müssen ein paar Tore schießen und es kann halt auch sehr schnell sich dann das Blatt drehen. Also auch da wäre es aus meiner Sicht sehr wichtig, dass wir eine sehr stabile Defensive haben, weil gerade mit Fekir und ja auch der Sturm von Betis, die sind auch schon in der Lage, das ein oder andere Törchen da zu machen. Also ich glaube, da brauchen wir höchste Konzentration. Wie ist denn so eure Herangehensweise an das Spiel oder eure Erwartung an das Rückspiel? Es ist halt unnötig. Also wir haben es uns unnötig schwer gemacht. Also wenn wir jetzt mit einem 3-1 oder einem 4-1, was durchaus möglich gewesen wäre, da rausgehen, dann würde Donnerstagabend ein schöner Popcornabend werden. Dann kannst du voll entspannt mit einem Bierchen im Stadion sitzen, Spiel gucken. Also zumindest mit weniger Puls, als ich jetzt reingehe. Ja, weniger Puls, komplett entspannt nicht. Also dass man die Spanier also 3-2 Tore schießen. Ja, genau. Es ist die Eintracht. Ja. Aber Betis ist halt keine Laufkundschaft. Das ist eine richtig starke Mannschaft, dass wir das Spiel in Betis so, ich sag mal in Anführungszeichen, dominieren, hätte ich nicht erwartet. Und ich glaube, das ist auch größtenteils dem geschuldet, dass Betis halt in deutlich mehr Wettbewerben noch zugange ist, als die Eintracht, die sie einen Pokal ja schon mal abgemeldet hat. Und da vielleicht auch ein bisschen stärkere Belastung hat. Und das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung für Donnerstag. Aber das wird eine schwere Kiste. Die haben die Möglichkeit, in der eigenen Staatsfinale zu spielen. Die werden motiviert sein, bis hin die Haarspitzen. Ich bin nur froh, dass die Eintracht ein bisschen den Heimsieg-Fluch beendet hat. Und da jetzt auch mit einem Heimsieg in den Donnerstag rein startet. Von daher, ja. Also ich bin nicht so cool und entspannt, wie ich sein sollte. Weil Betis, glaube ich, mehr kann, als sie im Hinspiel gezeigt haben. Und das mit Sicherheit im Rückspiel auch zeigen werden. Aber ich bin trotzdem guter Dinge. Also wir haben das Hinspiel gewonnen und müssen jetzt erst mal verlieren. Und das sehe ich noch nicht. Marvin, Patricia, wie geht's euch da? Also ich bin auch ein wenig in Habachtstellung. Das ist leider das Problem, dadurch, dass wir nur 2-1 gewonnen haben. Was absurd ist, dieses Ergebnis allein. Das hätte ich vorher bei Betis überhaupt gar nicht erwartet. Also ich bin mit viel Optimismus in einem 2-2 eingebogen und habe mich dann selbst wiedergefunden. Wenig erzünd auf der heimischen Couch, sondern durchaus erfreut auf selbige. Wo mir dann aufgefallen ist, dass die Eintracht hier das Spiel bestimmt, dass Betis irgendwie der Stecker gezogen wurde. Dann ist der Eintracht mit einer Aggressivität rangegangen, ist in die Zweikämpfe und in die Zwischenräume. Und denen gezeigt wurde, da die Hammer hängt. Und ich auch eine, wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, so eine herausragende Partie abgeliefert hat. Ein Bore, sogar noch enorm unglücklich war. Nicht nur verschossene Elfmeter, sondern x Chancen dann sogar vergeben. Auch ein Kostic, der in der zweiten Halbzeit das Ding hätte nochmal nach oben treiben müssen. Aber trotzdem habe ich eine Mannschaft gesehen, von der ich sage, wenn die das duplizieren kann, dann sieht es auch auf jeden Fall gut aus. Aber trotzdem, Patricia, die Angst bleibt ein wenig, ne? Ja, klar. Also es wird ein enges Spiel. Sevilla ist halt auch, wie ihr schon gesagt habt, ist keine Laufkundschaft und die haben auch eine Motivation. Also die wollen auch weiterkommen und die haben ja genauso noch alle Chancen drauf. Es ist ja gar nicht so, dass das jetzt eine schlechte Ausgangslage ist. Natürlich für die Eintracht besser, aber immer noch nicht so gut, dass ich sage, ach ja, da lehne ich mich entspannt zurück. Meine Hoffnung ist einfach, dass Sevilla ja aufmachen muss. Also die müssen ja aufs Tor gehen. Die müssen in Führung gehen, die müssen das Spiel gewinnen. Die haben keine andere Wahl und das könnte halt der Eintracht entgegenkommen, dass du weißt, du wirst Räume bekommen und die Räume können sie bespielen. Vor allem jetzt mit der Formation, die wir zuletzt hatten. Klar, Lindström ist ja fraglich. Das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, ehrlich gesagt. Aber alles in allem, du weißt, du hast die Spieler, die was anfangen können mit diesen Räumen. Und von daher lege ich, glaube ich, da meine Hoffnung rein, dass eben Sevilla was machen muss und die Eintracht gegen mitspielende Gegner auch selbst immer aufblüht. Und ja, bin ich wirklich gespannt, wie es am Donnerstag ausgeht. Ich bin hoffnungsvoll, aber auch noch so hoffnungsvoll ängstlich, sage ich mal. Also normaler Eintracht-Zustand. Wahrscheinlich. Sendungstitel habe ich heute schon gefunden. Hoffnungsvoll ängstlich, finde ich. Besser kann es nicht werden, oder? Patricia, wenn du es so sagst, ist aber auch dann wahrscheinlich das Mittel der Wahl und das ist ja so ein bisschen widersprüchlich dafür, dass wir zu Hause spielen, dass man eigentlich ja dann hingehen müsste und sagen würde, wir gehen eher auf Konter und versuchen, nicht von unserer Sicht aus denen jetzt unser Spiel aufzuzwingen, sondern eher sie kommen lassen, um dann in diese Lücken reinzuschießen. Was ja aber eigentlich nicht so das präferierte System ist, wenn man zu Hause spielt. Nee, würde ich, glaube ich, gar nicht unbedingt sagen. Ich würde einfach bei dem bleiben, was die Eintracht selbst auch stark macht. Also ich würde mich da, glaube ich, gar nicht so sehr auf die Situation oder den Gegner anpassen, sondern wir sind zu Hause, wir haben eine gute Ausgangssituation und wir haben Qualitäten. Und ich glaube, darauf würde ich einfach vertrauen und schauen, dass man das eigene Spiel gar nicht so sehr in die Köpfe gehen und sagen, was macht der Gegner? Wie verhält er sich? Wie antworte ich darauf? Gar nicht so sehr reagieren, sondern selbst agieren. Und das wäre mir wichtig, dass man sich da jetzt nicht irgendwie ja zu sehr einen Kopf macht, weil ich, also ich habe gar keine Lust auf so ein verkopftes Spiel, wo du merkst, die Spieler wissen jetzt, worum es geht und irgendwie kriegen noch kalte Füße, obwohl sie in einer besseren Position sind. Also ich würde mir wünschen, dass man da mit einem Selbstvertrauen reingeht, weil das dürfen sie haben. Die haben auswärts in Sevilla gewonnen, nachdem eigentlich viele sie unterschätzt haben, würde ich sagen. Also viele auch von uns haben gesagt, ja, wird schwer. Bin ich mal gespannt, wie das klappt bei Betis. Und dann ist es gut gegangen. Und das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Deswegen, ich glaube gar nicht, dass ich mich so sehr hinten reinstellen würde und dann auf Konter lauern würde, ehrlich gesagt. Also klar, man kann abwartend spielen, man kann auch auf Vorsicht gehen, was Defensive angeht. Also du musst ja jetzt auf keinen Fall aufmachen, aber trotzdem irgendwie selbst auch aktiv am Spiel teilnehmen. Das wäre mir, glaube ich, wichtig, weil sonst, wenn ich merke, das wird so eine Nummer, oh ja, wir gucken erst mal, dass hinten alles dicht ist, dann wird mir Angst und Bange 90 Minuten, weil das ist immer sehr, sehr schwer zu ertragen und ist selten gut gegangen, glaube ich. Ist ja auch genau das Konterprogramm zu dem, wie wir eigentlich Betis geschlagen haben. Also die haben wir ja mit relativ frühem Pressing und aggressivem Spielverhalten, haben wir ja geschafft, das Spiel an uns zu reißen. Und wenn du jetzt im Rückspiel sagst, ja, das hat im Hinspiel gut funktioniert, wir machen im Rückspiel jetzt mal was gänzlich anderes und stellen uns hinten rein. Ich glaube, der Schuss geht nach hinten los, zumal ich glaube, das können wir auch gar nicht. Also ich glaube, das kann die Mannschaft nicht. Von daher würde ich da auch gar nicht mit dem Angsthasen-Fußball an den Start gehen, sondern mit der gleichen Aggressivität, wie es im Hinspiel war, versuchen möglichst schnell auch selbst ein Tor zu schießen und dann hast du die Ruhe, die du vielleicht gehabt hättest, wenn du jetzt mit einem 4-1 da reingegangen wärst. Hast du dir dann in den ersten Minuten erkämpft und erarbeitet und das ist ja dann auch nochmal moralisch für den Gegner schwer, dann damit zu halten, wenn du relativ zeitnah oder wenn dein eigener Plan nicht aufgeht. Ja, das stimmt. Finde ich absolut, was du sagst. Also wenn du früh das schaffst, das 1-0 zu machen, dann hast du dir auch ein bisschen entmoralisiert oder demoralisiert. Ich glaube, das würde dann schon sehr helfen. Und dann geht es weiter in die richtige Richtung. Ich kann mir schon nämlich wirklich vorstellen, dass wenn du das früh ja einigermaßen in die Bahn bringst, und das ist ja das, was Alex auch gesagt hat, dass die natürlich auch mehrere Punkte jetzt noch bearbeiten wollen und auch in der Liga vielleicht noch ein bisschen was erreichen wollen und dass es dann halt für die dann auch schwierig wird, dann nochmal zurückzukommen. Weil dann musst du halt einfach zwei Tore aufholen, auch weil die Auswärts-Torregel an dieser Saison in der Europa League nicht mehr gilt. Was uns im Hinspiel genervt hat, ist jetzt vielleicht ein Vorteil fürs Rückspiel. Ja, ich bin ein bisschen, ich bin immer noch ein bisschen verwirrt mit dieser Auswärts-Torregel. Auf der anderen Seite hat die uns ja auch das ein oder andere Mal dann schon echte Kopfschmerzen bereitet. Also von daher ist es vielleicht auch gut, wenn sie jetzt wegfällt. So schaut's aus. Die hat uns zweimal das Genick gebrochen. Das wird jetzt gut für uns. Ja, dann vertrauen wir da mal auf Frau Alex. Dann lass uns mal noch auf die Aufstellung gucken. Patricia hatte ja schon gesagt, die Thematik mit Lindström ist noch so ein bisschen fraglich. Der hatte sich ja gegen Bochum, ist er ja umgeknickt und hatte da so ein bisschen Schwierigkeiten. Ist jetzt die Frage, ob er zum Einsatz kommt. Genauso ist die Frage, ob Rode eventuell fit sein wird. Der Niederkoster fällt auch aus, wobei ich den jetzt sowieso gerade in der aktuellen Situation nicht unbedingt in der Startelf sehen würde. Aber von daher haben wir so drei Spieler, wo noch so ein bisschen der Wackelkandidat dran ist. Und ich glaube, Lindström ist damit einer der tragischsten, in Anführungszeichen, weil es schon ja auch ein wichtiger Charakter in unserem Offensivspiel wäre. Wie würdet ihr das denn aufstellungstechnisch bewerkstelligen? Patricia, du hast das Thema aufgemacht. Jetzt fangen wir an. Also ich würde am allerliebsten, wenn es möglich ist, genau so spielen, wie wir jetzt die letzten Spiele auch bestritten haben. Klar, wenn Lindström jetzt ausfallen sollte, das steht ja noch gar nicht fest. Also die Hoffnung besteht ja noch, dass er es schafft bis Donnerstag. Würde ich ihn wahrscheinlich sogar eins zu eins, auch wenn viele, glaube ich, dagegen sind, zumindest was ich so lese. Ich würde ihn eins zu eins mit Hauge ersetzen einfach, weil ich glaube, der kann auch was. Also es ist jetzt gar nicht so tragisch, wie es dargestellt wird. Klar spielt er immer mal wieder zu spät ab oder trifft dann vielleicht die falsche Entscheidung. Aber ich schiebe das ehrlich gesagt halt auf die mangelnde Spielpraxis. Und das kann man jetzt nicht ändern. Aber ich glaube, es ist der Spieler, der am ehesten die Rolle ausfüllen kann, die Lindström spielt. Nicht eins zu eins. Natürlich ist es wahrscheinlich auch eine Schwächung. Aber ich würde da gar nicht so viel umstellen wollen und deshalb dann letztendlich wahrscheinlich mit der Lösung gehen, falls Lindström nicht kann. Ich sehe das ähnlich. Also ich glaube, dass selbst wenn Rode fit wird, wird er nicht kommen, weil der wird da drauf die Woche im Spiel gegen Leipzig gebraucht. Wenn So gesperrt ist, deswegen würde ich ihn gegen Betis auf jeden Fall schonen. Der hat sowieso nur ein paar Spielminuten, die er im Jahr machen kann. Und die brauchen wir nicht in Betis, die brauchen wir in Leipzig. Deswegen wäre das für mich schon mal so ein No-Brainer. Ich glaube, dass Lindström auch mit vielleicht noch einem geprellten, gezerrten Fuß spielen wird. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass er dabei ist. Ansonsten auch der 1-zu-1-Tausch mit Hauge ist die naheliegendste Option. Und ob da Costa dabei ist oder nicht, ist glaube ich momentan auch eher nicht so eine dramatische Frage. Ja, was du dann nachher noch tun könntest, ist, dass du dann den Wechsel vornimmst, wenn das mit Hauge nicht so hundertprozentig funktioniert, dass du dann sagen kannst, du wechselst ihn aus, setzt Bouguet dann auf die Position und kannst, je nachdem, ob wir die Spielsituation benötigt hatten, Lammers dann da vorne reinsetzen. Für die ein oder andere Standardsituation kann ich mir das vorstellen oder andere Möglichkeiten. Also das würde natürlich ein Qualitätsalternativum geben, aber ich kann mir das dann vorstellen. Aber für den Anfang würde ich auch mit Hauge arbeiten, bleibe aber in der validen Hoffnung, glaube ich, dass er auch am Donnerstag spielen kann. Vielleicht ist es so ein bisschen taktisches Geplänkel. Ich bin gerade gar nicht so fit in unserem Euroleague-Kader. Wer ist da rausgestrichen worden, damit Knauf rein kann? Also ist Patienz hier noch dabei? Gute Frage. Also ich weiß, irgendjemand ist rausgeflogen? Der muss ja, ne? Ja. War das Patienz hier? Das war so. Ich glaube, Acha wurde da rausgestrichen, oder nicht? Acha hat definitiv keine Spielberechtigung, aber ich glaube, der hatte sie von Anfang an nicht. Ich weiß, dass der Ilsanke nicht spielt, ne? Der Ilsanke hat auch keine Spielberechtigung, das ist korrekt. Ilsanke und Durm, ich glaube, vorne hast du nichts gemacht, aber da würde ich mich dir... Durm was! Durm was! Den Weltmeister haben sie rausgesprichen. Ja, ja, ja. Auch eine interessante Entwicklung. Für den Weltmeister? Naja, nee, ich meine, der war ja doch eine Zeit lang noch relativ wichtig für diese Mannschaft, in welcher Art und Weise auch immer, aber das ist, jetzt spielt jetzt auch gar keine Rolle mehr. Ja, das, also die ganze rechte Seite ist für mich über die letzten Jahre betrachtet so ein leichtes Mysterium. Also es fing mit der Costa schon an, der eine geniale Saison gespielt hat und irgendwie von einem auf den anderen Tag keine Beachtung mehr gefunden hat. Dann war Durm aus meiner Sicht raus gesetzt. Und dann gab es aber auch diesen einen Zeitpunkt, wo dann auf einmal dieses Rumrotieren anfing und Durm überhaupt nicht mehr in Betracht gezogen wurde und der ist, glaube ich, so weit momentan von der Mannschaft entfernt, wie in seiner ganzen Phase bei der Eintracht bislang noch nicht. Also keine Ahnung, was da drüben auf der Seite oder was mit dieser Position, was es da auf sich hat, dass du da nur die Extreme kennst, zwischen Nimloch jauchzend und zu Tode betrübt. Ich kann es dir auch nicht sagen. Ich versuche immer noch rauszukriegen, welchen Spieler es jetzt tatsächlich rausgeschnitten hat, aber ich glaube, es war Durm, ja. Durm und Ilsanker, ja. Ich hatte irgendwie, ich hatte eben gerade nachgeschaut, es sind Knauf und Ache sind nachnominiert worden. Ache ist sogar nachnominiert worden, stimmt. Genau, und Ilsanker und Durm sind dafür rausgerutscht. Ja, okay, dann passt das doch. Also wie gesagt, ja, wir müssen mal gucken, aber hoffen wir mal einfach, dass die Eintracht da nochmal so gehen kann, wie wir das jetzt uns erhoffen. So gegen Sevilla wird es nochmal ganz wichtig und dann kannst du den Jungs und ja vielleicht wirklich gegen Leipzig mal eine kleine Pause gönnen, weil das dürfte nicht mehr ganz so im Fokus liegen. Ich weiß nicht, Alex, wie deine Prognosen zur Bundesliga sind, aber ich habe da eher nur noch Verhalten und Hoffnung, dass da nach oben was geht. Ne, sehe ich ähnlich. Also ich habe damit auch innerlich so ein bisschen abgeschlossen, auch wenn mit jedem Sieg natürlich die Lücke nach oben immer wieder ein bisschen kleiner ist, aber... Ja, aber realistisch, du kommst vielleicht noch bis Platz sieben ran, aber mehr ist auch nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich es, ja, es ist vielleicht schade, aber ich finde es gar nicht so schlimm. Also das ist so, dann ist es halt jetzt so ein Übergangsjahr, wo man einen soliden Saisonabschluss hinlegt, solange wir unten nicht reinrutschen, ist alles fein, aber ich glaube, da gibt es genügend Kandidaten, die sich gerade darum prügeln, abzusteigen und ich glaube, nächstes Jahr sind die Karten neu gemischt und ich glaube, das kann eine ganz andere Saison geben. Ich finde es auch nicht so dramatisch. Also man hat sich ja irgendwie schon darauf eingerichtet, dass es eine Übergangssaison wird und was mir da irgendwie wichtiger ist, dass man auch Spieler aufbaut, dass man ein Gerüst findet, mit dem man arbeiten kann und dann neu angreifen kann und solange man da jetzt nicht komplett das Ziel aus den Augen verliert, also man ist ja trotzdem noch an den europäischen Plätzen dran, selbst wenn es nicht klappen sollte in diesem Jahr, war man nicht weit davon entfernt. Also es ist nicht so, dass du sagst, okay, es gab jetzt einen Rückschritt, die Eintracht hat sich gerade so gerettet und muss nicht Relegation spielen, das ist es eben nicht. Und von daher ist man ja trotzdem noch dran, dann hat es halt mal ein Jahr knapp nicht gereicht und dann holst du dir Verstärkung und hast dann zum Beispiel Spieler wie Linström, die einen Step gemacht haben, Tutor, der einen Step gemacht hat. Das ist alles, glaube ich, gerade wichtiger, als dass man da irgendwie auf Biegen und Brechen noch was erreicht. Natürlich wäre es schön, finanziell auch. Ja, ansonsten muss man es halt über den Europacup erreichen, was soll ich sagen? Ach, ich bin da nicht so ganz entspannt wie ihr. Also klar ist es am Ende nicht schlimm, wenn wir in so einer Saison den Euro, die Euroleague oder internationale Wettbewerbe nicht erreichen. Aber die Situation, dass wir einfach in so Dulli spielen, weil wir es nicht geschafft haben, uns irgendwie so halbwegs vernünftig auf dem Platz aufzustellen, vielleicht zwei Spiele mehr gewonnen haben und jetzt richtig nah da dran wären, das nagt halt schon noch an mir, weil die Bundesliga ist halt, und ich hatte es, glaube ich, schon mal gesagt, erneut einfach wahnsinnig schlecht. Und wenn du dich in zwei Spielen mehr ein bisschen zusammengerissen hättest, dann hättest du jetzt diese vier Punkte und wärst da echt nah dran da oben. Und ja, wenn es am Ende nicht klappt, sind wir alle zufrieden, aber dass wir es da halt nicht geschafft haben, das nervt mich nach wie vor. Ja, es ist richtig. Es kommen aber natürlich jetzt die Großen langsam wieder hin. Also ich meine, Hoffenheim hat jetzt gesehen, die können jetzt gegen die Bayern bestehen, die werden sich das nicht mehr nehmen lassen. Und dann ist es halt auch so, dass Freiburg weiter im Punktetrain unterwegs ist, dass die Wolfsburg schlagen, die auch ein bisschen weiter unten verharren. Wir haben eine deutliche Leistung gesehen, dass der Kölner, die selbst gegen Leverkusen gewonnen haben, also das heißt, da unten, also da oben, da setzen die ganzen Leute sich fest. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass da noch eine große Rochade ist. Vielleicht haben wir Glück in Hoffenheim, Rutsch doch nochmal runter. Vielleicht kriegt Köln nochmal so einen Einbruch, dann könnte man vielleicht über die Sieben in die Conference League kommen. Das kann ich, das würde ich auch vielleicht noch ein bisschen unterschreiben, aber weiter vorne geht es die Saison nicht. Natürlich hängt es damit zusammen, was du gesagt hast, dass man zu wenig daraus gemacht hat, aber es ist halt trotzdem keine unproblematische Saison gewesen. In vielerlei Hinsicht mussten wir halt mit Situationen klarkommen, mit einem großen Verlust eines sehr wichtigen Stürmers, den wir nicht gleichwertig ersetzen konnten. Und dann weißt du halt nicht, wie entwickelt sich das Ganze. Und wenn der Aufwärtstrend jetzt der letzten Woche, muss man sagen, der letzten zwei Wochen jetzt so weitergeht, dass die Spieler jetzt zu Stammspielern werden, wie ein Linz-Tröm, dann kann dann zumindest für die nächste Saison was kommen. Und ihr habt es ja gerade gesagt, im Zweifel muss man halt den Europacup nehmen, um sich dann halt nächstes Jahr für die Champions League zu qualifizieren. Da steckt noch sau viel drin, ey. Ich glaube, das ist noch, also wenn wir nächste Runde bestehen, also diese Runde bestehen, wer weiß, was da noch passiert. Ja, also sagen wir es mal so, wenn wir es schaffen, über den Europa League in die Champions League zu kommen, dann höre ich auch auf, über die zwei unnötig verlorenen Spiele zu meckern. Das kann ich hier offenen Herzes zusagen. Ja, schauen wir mal. Aber wie gesagt, wir sind halt in der letzten Zeit, was auch krass ist, immer wieder so nah dran an diesen absoluten Glücksmomenten. Wenn du die vier Punkte ansprichst oder vielleicht zwei Siege, sagen wir mal, dann wären wir wirklich da oben dick drin. Und das ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich, weil es in der letzten Saison auch schon ärgerlich war. Und da war es ja noch ein ganz anderes Level ärgerlich, wo wir uns, also über diesen immer noch peinlichen Endspurt der vergangenen Saison, da werde ich auch noch lange nicht wirklich drüber hinbekommen. Ja. Insofern. Du warst quasi schon im Raum drin und hast dich trotzdem wieder rauswerfen lassen. Ohne Mist. Ja, keine Ahnung. Warst schon drin, hast schon im Club schon mitgetanzt. Hast quasi das Kalt in dir schon in der Hand gehabt und dann lässt es dir abnehmen und dich wieder rausschmeißen. Ja. Ohne Scheiß. Ein dummer Spruch zu viel und wieder raus aus dem Club. Das ist manchmal echt ärgerlich. Ja, Story of my life. Ja. Naja, gut. Also gleiche Aufstellung wie letzte Woche. Maximal den Herrn Lindström gegen den Herrn Heuge ersetzen und dann ab geht's. Betis auch im Rückspiel bezwingen und dann mal gucken, wie es dann in der Euroleague weitergeht. Wer wäre denn euer Lieblingskandidat von denen, die jetzt da so wahrscheinlich sich auf den Weg in die nächste Runde machen? Habt ihr da irgendeinen? Ich will nach Barcelona. Ja. Das sieht wahrscheinlich tendenziell eher danach aus, als wenn die nicht mehr mitmachen wollen, aber ja. Ja, also ich würde natürlich Glasgow nehmen, ne? Muss ich sagen. Glasgow fände ich auch geil, ja. Wäre geil. Also weil Spanien würde er nächste Saison wieder nehmen, ne? Was? Bergamo. Bergamo. Atalanta. Oh. Ja, das wären auch so meine zwei Favoriten. Also da könnte ich mich auch tatsächlich schwer zwischen dem einen oder dem anderen entscheiden, wenn ich es mir aussuchen müsste. Fände ich beide extrem geil. Ja, schon. Ja, also richtig geil. Also ich meine, wir haben wirklich viele interessante Lose. Das ist eine Möglichkeit. Bergamo ist super. Ja, gegen Barcelona könnte ich mir dann noch eine Runde später sogar noch vorstellen. Aber ja, ich meine, wir müssen jetzt zu Hause Auswärtsgewinn gegen Galatasaray. Müssen wir mal gucken. Aber Glasgow wäre auch richtig fein. Richtig fein. Ja. Ja gut, die haben wir ja im Hinspiel 3-0 gegen Belgrad. Also ich glaube, die sind schon relativ gut durch. Insel ist halt immer so schwierig im Hinkommen. Deswegen bin ich immer gegen Inselvereine. Wieso? Du bist halt auf die drei Flüge angewiesen, die es gibt. Ja, fährst du entweder hier mit dem, was ist das, Euro-Ding ins Gimmelbahn oder halt mit dem Auto. Also komm, die 20 Stunden Autofahren, die kriegst du auch noch hin. Ich google das jetzt, wie lange das dauert mit der Bahn von Frankfurt nach Glasgow, weil ich kann mir schon vorstellen, da hast du eigentlich schon einen ganz schönen Wolf. Aber hey. Das ist locker mega, der Hickhack, oder? Ja. Also wenn du beim Auto straight durchfährst. Schaffst du es auf dem Weg schon dreimal besoffen zu sein. Ja, das auf jeden Fall. Wenn du beim Auto straight durchfährst, schaffst du es wahrscheinlich so in 19, 20 Stunden. Was auch schon echt krank ist. Ja. So, ich gucke jetzt mal. Also, auf den Preis gucke ich jetzt nicht. Also, du schaffst es in 14 Stunden. Ja. Das geht sogar. Zweimal umsteigen. Also stell dir mal vor, du würdest jetzt nach Glasgow wollen. Dann würdest du morgen früh um 6.50 Uhr, also das ist ja schon ein bisschen früh aufstehen. Oder um 8.54 Uhr, je nachdem. Komm, nehmen wir mal 8.54 Uhr. 8.54 Uhr steigen wir ein in Frankfurt und fahren dann nach Paris. So, nach Paris. Dann steigen wir einmal um. Da haben wir sehr, sehr viel Umstiegszeit. Von Paris Est nach Paris Nord. Dann mit dem Eurostar geht es weiter nach London. Und von London geht es dann eigentlich direkt am Ende nach Glasgow. Und dann ist es eigentlich gar nicht mehr so weit. Es ist halt fünf Stunden von London nach Glasgow. Aber am Ende. Morgens um 8.50 Uhr los. Abends um 21.44 Uhr da. Liebe Leute, es wäre für einen längeren Trip durchaus möglich. Guck an. Ich habe es nicht bedacht, dass Frankfurt Paris ja gut angebunden ist und Paris London. Also, dass die zwei Trips eigentlich gar kein Problem sind. Auf jeden Fall. Es führen alle Wege entweder nach Paris oder nach Brüssel. Das ist die alternative Route. Da könntest du sogar, wenn du zur gleichen Zeit fast ankommen willst, ein paar Minuten später könntest du sogar auch um 10.26 Uhr los von Frankfurt. Dann nach Brüssel. In Brüssel umsteigen Eurostar. Dann nach London. Und dann wieder gleicher Weg, wie eben schon beschrieben. Dann bist du um 22.10 Uhr da. Also, es geht auch in zwölf Stunden. Leute. Ist das nicht der Wahnsinn? Ich finde es tatsächlich relativ easy. Ja, auf jeden Fall. Patricia, wollen wir schon Tickets bieten? Besser ist es, nachdem du jetzt die Geheimtipps hier verraten hast und am Ende sind die alle weg. Ja, jetzt noch günstig. Also, Auto angeblich 15 Stunden, aber das glaube ich nicht, weil du musst halt einmal um London drumherum und da verlierst du locker anderthalb bis zwei Stunden. Ja, ich würde wahrscheinlich auch die ersten fünf Meter irgendwie im Linksverkehr einen Unfall bauen. Ich wollte gerade sagen, da scheitere ich wahrscheinlich dran. Das ist gar nicht so schwierig. Das ist gar nicht so schwierig. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. Das geht. Solange ich im eigenen Auto sitze, was das Lenkrad auf der richtigen Seite hat, sonst wäre ich, glaube ich, komplett aufgeschmissen. Wenn du auch noch im Auto anders sitzt und dann, okay, Automatik ist, glaube ich, okay. Aber wenn du ohne Automatik fahren müsstest und dann noch mit links schalten. Also, schalten ist tatsächlich echt schwierig. Das hatten wir einmal, als wir in Irland im Urlaub waren, in so einem Mietwagen. Boah, was habe ich mir die Hand verzwirbelt, als ich gegen die Tür gehauen habe, weil ich schalten wollte mit der rechten Hand. Also, das ist gar nicht so angenehm. Das kann ich mir vorstellen. Was richtig tricky ist, ist wenden, weil du halt automatisch in die falsche Richtung wendest und dann in den Gegenverkehr reinfährst. Also, da habe ich nach wie vor meine Probleme mit. Aber der Rest geht. Ich nehme die Zugverbindung über Paris. Schönes Croissant zum Frühstück. bei der langen Aufenthaltszeit. Das mit dem Autofahren. Das wird nichts mit mir. Ich schaffe es ja hier schon, mit meinem Auto im Rechtsfeld alle drei Monate eine Schramme drin zu haben. Der Guido schreibt gerade im Chat, oder Nachtfähre. Also, so Boot über Nacht könnte auch noch was sein. Wenn man auf dem Boot schlafen kann, dann macht es wiederum Sinn. Da muss ich auch schon wieder Autofahren. Ja, unter Umständen. Oder halt mit dem Zug bis zur Fähre und dann weiter. Ja, finde ich auch ganz geil. Gute Ideen hier. Wenn man auf dem Boot schlafen kann, ist es auch gar nicht so easy, ehrlicherweise. Ich bin überzeugt, die Insellose können drin bleiben. Hervorragend. Also, wir votieren für Insellose. Was ist denn euer Ergebnistipp für den Donnerstag? Sagt das doch mal noch. Herr Marvin, fangen Sie doch mal an. 2-2. 2-2. Funktioniert das? Ich gehe in eine ähnliche Richtung. Ich bin bei einem 1-1. Du bist bei einem 1-1. Patricia, komm. Dann sage ich 2-1, also für die Eintracht. Ich sage 1-0 mit mindestens 70 Minuten Haare raufen. Also, es wird anstrengend. Meine Prognose. Also, nichts für Menschen mit schwachen Nerven. Dann lasst uns doch auch noch mal einen Mini-Ausblick auf das Wochenende machen. Leipzig ist ja noch wahnsinnig weit weg und eigentlich will man auch gar nicht so wirklich drüber sprechen. Aber zumindestens mal so, vielleicht ganz kurz, jeder in zwei Sätzen, was ist so eure Erwartungshaltung für das Spiel am Sonntag 15.30 Uhr gegen Leipzig? Können wir da wieder so ein Freak-Ding raushauen und ihm zumindestens einen Punkt nehmen? Oder können wir es eigentlich komplett vergessen? Ich bin ehrlich. Ich glaube, wenn man den Schwung mitnehmen kann, wenn man es jetzt wirklich schafft, das Weiterkommen gegen Sevilla festzumachen und dann irgendwie so Schwung mitnimmt, dass da was drin sein könnte, außer man ist dann komplett am Ende und bekommt die Beine nicht mehr auf den Platz. Keine Ahnung. Wird aber schwer. Ja, also die sind ja jetzt auch irgendwie wieder drin, seit die ihren Trainer gewechselt haben und sich da jetzt ein bisschen gefangen haben. Plus So ist gesperrt. Das macht mir ehrlich gesagt Sorgen. Große Sorgen sogar. Alles in allem schwierig. Also ich will gar nicht so weit hinaus blicken, glaube ich. Ich will mir noch gar keine Gedanken machen, aber ja, wird, ja, sagen wir mal anstrengend, würde ich es mal betiteln. Okay, also Patricia wieder im Schweiz-Modus, ich merke schon. Also ich sehe keine Chance. Das muss ich echt sagen, weil ich glaube, das ist, also keine Ahnung, das klingt jetzt sehr negativ. Ich glaube, also ich muss sagen, dass Leipzig schon echt gut performt in dieser Saison. Die haben, glaube ich, den richtigen Schritt gemacht, indem sie den Trainerwechsel vollgeführt haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass die da gar nichts anbrennen lassen. Die sind ja sonst in der Saison nicht hundertprozentig zufrieden, noch auf der Vier. Aber das geht eigentlich, glaube ich, eher in eine andere Richtung bei denen. Nicht nur, weil sie jetzt gegen Fürth gewonnen haben. Und ich glaube, dass wir nach diesem hoffentlich luxuriös schönen Erlebnis gegen Sevilla dann nach nicht hundertprozentig in Form sind und das Ding dann eher verlieren. Das sage ich ganz selten, tut mir leid. Ich hätte es nicht so drastisch ausgedrückt wie der Marvin, aber deine Frage war ja, was erwartet ihr? Ich erwarte nichts. Also ich freue mich jetzt auf Betis und muss tatsächlich sagen, dass mir das fast, egal ist es mir nicht, aber ich erwarte in Leipzig nichts. Ich bin auch darauf eingestellt, dass es nichts gibt. Wenn die Eintracht mich überrascht, nehme ich das natürlich freudig mit, aber meine Erwartung ist da sehr mau. Ja, kann ich nachvollziehen. Große Erwartungen habe ich auch nicht. Ich habe auch nicht wirklich Lust auf das Spiel. Ich glaube, das ist so eins, was man halt irgendwie mitnehmen muss, aber so richtig Freude oder Interesse an dem Spiel hat man dann doch irgendwie nicht. Also es ist dann auch immer wieder ärgerlich zu sehen, wie sehr man sich davon dann diese Freude-Fußball dann auch kaputt machen lassen kann. Aber ja, Sonntagmittag. Vielleicht habt ihr das Glück und könnt irgendwie Samstagabend die ein oder andere Party besuchen oder irgendwas und dann ist es eher so zum Ausnüchtern parallel. Parallel läuft Formel 1 wieder. Das ist immer mein Safe Place. Also wenn 16 Uhr geht es, glaube ich, los. Das heißt, wenn 15.30 Uhr, erste halbe Stunde läuft scheiße, dann gucke ich auf den anderen Bildschirm. Ja, okay. Ja, ist dann die andere Variante. Gut, dann haben wir das Spiel auch noch und dann kommen wir zur eigentlich größten Frage diese Woche. Patricia, was sagt dein Freund als Hertha-Fan zur Verpflichtung von Felix Magath als neuer Cheftrainer? Ja, hellauf begeistert, was soll man da auch anderes sagen? Hat er schon die Schippe eingepackt und ist nach Berlin gefahren, um hier den Fitnesshügel aufzuschippen? Ja, also er hat gesagt, schlimmer kann es ja eh nicht werden, deswegen was soll es. Das ist so ein bisschen, wie wenn du Daumen im Abstiegskampf verpflichtest. So, so an die Nummer. Wer möchte denn auf so eine Idee kommen? Da ist es wieder das Gedankengefängnis. Aber wen Bobic darüber ausgräbt, ey, das finde ich bemerkenswert, sage ich mal. Ich habe es letztens schon gesagt, ich habe wirklich das Gefühl, wir sind da einigen absurden Sachen von der Schippe gesprungen, als er hier noch zugange war. Beziehungsweise hatten genug Leute, die irgendwie Veto einlegen konnten oder ihn da noch mal gestoppt haben, ganz absurde Dinge zu tun. Weil ich habe es eine Zeit lang immer, was da so rumgegeistert ist in den Medien. Du denkst dir immer, ja, ja, wird schon so nicht sein. Aber mittlerweile denke ich, wie knapp waren wir vor Verpflichtungen komischer Personen? Und was war wirklich dran? Weil mittlerweile traue ich es Bobic zu, dass da einige Dinge auf dem Zettel standen, die jetzt vielleicht gar nicht so ein guter Deal für die Eintracht gewesen wären. Ich fand es auch spannend zu sehen, wie schnell das eigentlich ging. Also entweder hatte er ihn quasi ganz oben auf Kurzwahl und Felix Magath hatte gerade eben große Langeweile. Oder die hatten das schon seit ein paar Tagen da in der Diskussion, weil das war ja alles innerhalb von wenigen Stunden da an dem Sonntag. Also, ich glaube, dass das kein Schnellschuss war. Also es war ja absehbar. Wenn du öffentlich deinem Trainer ein Ultimatum stellst, dann hast du die Entlassungspapiere schon mal ausgedruckt. Ja. Also von daher, glaube ich, war das alles nicht so aus der Emotion raus und gerade mal so am Spieltag so entschieden und durchgeführt. Ich glaube schon, dass das gemacht war. Was mich an der Sache immer nur dann so ein bisschen im Nachhinein freudig stimmt, ist, dass ich jetzt erst erkenne oder glaube zu erkennen, dass vieles, was bei der Eintracht gut gelaufen ist, gar nicht so krass auf Bobic zurückzuführen ist, sondern dass es bei der Eintracht einfach ein Konstrukt, ein fixes Konstrukt gibt, was den Abgang von Bobic weggesteckt hat wie nix und wahrscheinlich auch schon vorher einfach einen Großteil der Arbeit geleistet hat. Also alles, was ihm angerechnet wird, ist halt einfach an vielen Stellen wahrscheinlich eine Teamleistung gewesen und ein Teil des Teams ist immer noch da, macht immer noch gute Arbeit. Er ohne ein gutes Team ist in Berlin halt auch nicht in der Lage, das Ruder rumzureißen. Ja, war halt keine One-Man-Show. Also klar, er will schon seinen Anteil haben und er hat sicherlich auch Dinge angestoßen in Frankfurt, die uns letztendlich geholfen haben. Das will ich gar nicht bestreiten. Er hat bestimmt auch ein gutes Telefonbuch und so weiter und so fort. Aber wie du schon gesagt hast, da steckt einfach mehr dahinter und da stecken auch noch andere Leute dahinter, die halt immer noch hier sind und man merkt es. Also die einfach das nicht, wie viele schon vorausgesagt haben, irgendwie komplett zusammengebrochen, weil jetzt Adi Hütter und Fredi Bobic gegangen sind. Das ist ganz im Gegenteil. Also ich finde, man geht den Weg weiter, den man eingeschlagen hat. Ja, das ist beruhigend, ehrlich gesagt. Hätte ich auch zwingend nicht in dieser Form erwartet, muss ich zugeben. Also mir war schon klar, dass wir mit Glasner einen bestmöglichen Trainer bekommen. Also ich hatte diese Hütter-Personale jetzt auch weniger emotional in Belastung, sondern für mich war es schon problematisch, dass Bobic gegangen ist, weil ich schon gedacht habe, okay, das könnte natürlich wirklich eine schwierige Kiste sein. Und weil wir ja, auch das haben wir ja eben gerade herausgestrichen, schon viel ihm gegeben haben. Aber es ist wohl so, dass ich schon, ich glaube tatsächlich, dass es ein guter, dass es ein guter Manager ist. Und dass er jetzt nicht umsonst mehrfach Manager des Jahres in Deutschland geworden. Der ist schon gut, aber er funktioniert wie viele in einem Konstrukt. Und ich glaube, wenn er dieses Konstrukt nicht hat und wenn er andere abbaut, dann könnte das zu einem Problem werden. Es ist wohl schon so, dass, auch wenn ich das nicht abschließend bewerten kann, weil ich da zu wenig tief drin bin, schon sagen muss, dass ein Hübner einen gewissen Anteil daran hatte, dass er ihnen wahrscheinlich auch die eine oder andere dumme Idee ausgeredet hat. Ich weiß nicht, wie Hellmann dazu steht. Und ich glaube, aus sportperspektivischer Sicht ist auch ein Ben Munger, nicht zu gering einzuschätzen hier. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Kulmination der mehreren Leute, die es da gab, dafür gesorgt hat, dass das im Verbund einfach gut funktioniert hat und er definitiv nicht der Alleinige Heilsbringer war. Ja. Ja, ist schon wichtig. Du hast schon recht. Und das scheint zumindestens, also wir jetzt davon ausgehen, dass das jetzt auch alles auf Wobbit Mist gewachsen ist, scheint es dann da nicht diese Personen zu geben, die dann da mit entsprechendem Standing eingreifen können. Weil ich bin mir ganz ehrlicherweise auch noch nicht sicher, ob da nicht auch der liebe Herr Windhorst da jetzt noch irgendwie mitspielt und bei der erneuten Trainertrage. Ja, ich glaube generell in diesem ganzen Gebilde bei Hertha ist, da ist halt einiges im Argen. Ja, das ist ein Format an der Wunsch. Nicht mal nur auf Bobitsch zurückzuführen, der ist ja schon gekommen, da war es ja schon nicht besonders gut. Von daher, da ist, glaube ich, das sitzt viel tiefer. Also da ist einiges kaputt gegangen und das ist ja auch selbst gemacht, muss man sagen. Das ist ja jetzt nicht, du hast dir halt was ins Haus geholt, was vielleicht gar nicht so clever war im Nachhinein, aber das, ja. Ja, hat da halt Geld dabei. Ja, ist halt so. Musst du jetzt durch. Wir werden das aus sicherem Abstand beobachten, würde ich jetzt mal sagen. Dafür reicht es zumindest noch. So, dann lasst uns mal auf die Zielgerade einbiegen. Wir haben ja noch ganz kurz ein bisschen Housekeeping, bevor wir zu den Empfehlungen kommen. Machen wir sonst ja klassischerweise am Anfang, haben wir jetzt mal ein bisschen nach hinten geschoben. Wir möchten uns bei euch bedanken, erneut für die Unterstützung, die ihr uns entgegenbringt und wie jede Woche suchen wir uns ein paar Menschen raus, die wir hier stellvertretend für euch alle da draußen, die uns unterstützen, erwähnen. Und diese Woche sind es der Rolf, die Christa und der Wolf. Die haben uns unterstützt und falls ihr uns auch unterstützen möchtet und mit dazu beitragen wollt, dass wir hier Woche für Woche über die Eintracht reden, dann schaut mal vorbei auf eintracht-podcast.de. Da findet ihr eine Support-Seite und alle Infos, wie ihr uns unterstützen könnt. Und dort findet ihr auch die Links zu den Empfehlungen, über die wir jetzt gleich sprechen werden. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. So, wir haben da wieder ein bisschen was zusammengetragen und natürlich auch in Anschluss an das, was wir ganz am Anfang hatten, nämlich das Andenken an Jürgen Grabowski. Gibt es eine, also nicht ein Andenken an ihn gemacht, aber passt jetzt thematisch ganz gut. Es gibt eine Doku von und mit Jürgen Grabowski, die haben die, glaube ich, im Sommer 2019, ist das richtig? Ich glaube, ja, gedreht. Da waren sie ein paar Tage mit Jürgen Grabowski unterwegs und haben mit ihm und auch mit anderen gesprochen. Ist so eine gute halbe Stunde. Kann man finden in der ARD-Mediathek und ist, glaube ich, noch bis Mitte des Jahres verfügbar, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Verlinken wir euch auf jeden Fall. Geht eine gute halbe Stunde. Ist, wie ich finde, sehr sehenswert. Cool. Was habt ihr denn noch so an Empfehlungen? Ich habe noch kurz aufgeschrieben, und da lege ich gleich nochmal die richtige Adresse rein. Ich habe es ja letzte Woche schon mal gesagt, jetzt rollt die Sache so ein bisschen an. Und zwar ist es dieses Athletes Stand Up. Da geht es erneut darum, dass es Hilfsmöglichkeiten gibt für Menschen in der Ukraine. Und da gibt es zwei Optionen. Also einmal Stelp ist dann eine Hilfe mit LKWs, Hilfsgütern, die in die Ukraine gesendet werden. Oder dann gibt es HelpAge. Das gibt es dann auch für Menschen, für ältere Geflüchtete. Und da könnt ihr ab 15 Euro dann dabei sein. Ich finde, das ist eine ganz coole Aktion. Man merkt, dass das den sportlichen Anriss hat. Und wenn ihr dann mindestens 15 Euro spendet, dann gebt ihr das dann in der Seite ein. Und dann bekommt ihr schicke Schnürsenkel. Und ich finde, das ist eine ganz coole Aktion. Weil bei mir ist es beispielsweise so, ich kann Sachspenden. Das ist bei mir irgendwie, das macht keinen Sinn, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, mein altes Keyboard will hier niemand, glaube ich. Und ich habe hier so einen Mini-Globus, den finde ich viel zu schön selbst. Und dann habe ich hier noch, ja keine Ahnung, einen Rechner, der nicht mehr geht. Also ich glaube, man findet hier tatsächlich nicht so wirklich viel. Deswegen ist es bei mir besser, wenn ich einfach ein paar Euro gebe. Und das könnt ihr dort auch tun. 100% der Sachen, der Spenden, die ihr dann dort abgebt, beziehungsweise das Geld des Geldes, gehen an die Organisationen. Das sind alles vertrauenswürdige Organisationen. Wir packen es bei euch in die Shownotes. Und dann könnt ihr euch da mal reinklicken. Und ihr bekommt sogar was dafür. Genau. Ihr kriegt wunderschön aussehende Schnürsenkel, mit denen ihr dann auch gleichzeitig noch ein Statement abgeben könnt, was ja auch nicht immer verkehrt ist. Verlinken wir euch. Und dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Habt ihr sonst noch Empfehlungen, Alex, Patricia? Nee, gerade nicht. Okay. Dann aber auch weiterhin der Aufruf an euch da draußen. Wir hatten es ja letzte Woche schon, wenn ihr hier auch noch Themen habt, wo man unterstützen kann, die Menschen aus der Ukraine, und wir das hier erwähnen sollen, dann schickt es uns doch per E-Mail, per Twitter, auf Facebook, wo auch immer. Und dann werden wir das hier natürlich auch liebend gerne erwähnen. Ich glaube, das sind Dinge, da kann man gerade an sehr vielen Stellen sehr gut unterstützen. Und wenn ihr da irgendwas habt, was ihr erwähnt haben wolltet, dann schickt uns das doch bitte. Ja. Ich glaube, damit haben wir dann auch so ziemlich alles, was wir für heute auf dem Zettel hatten, erwähnt, besprochen. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche. Genießt die Tage. Genießt das Wochenende. Wir freuen uns auf zwei wunderschöne Spiele der Eintracht hoffentlich, mal mindestens in der Europa League und dann hoffentlich auch am Wochenende in der Bundesliga. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder und sprechen hoffentlich über viele Tore der Eintracht und Punkte. Bis dahin, macht's gut. two resumes. Hey! 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 Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey, hey